Liebe Brandenburger Frauen, ihr seid mehr als eine Million. In diesem Superwahljahr kommt es auf jede einzelne Stimme an. Stimmt dreimal für eure Freiheit und Selbstbestimmung bei der Europawahl, bei der Kommunalwahl und bei der Landtagswahl. Sucht das Gespräch mit Menschen, die rechtsextreme, frauenschwächende Positionen vertreten. Macht ihnen klar, dass ihr selbst entscheiden wollt, ob, wann und mit wem ihr Kinder haben möchtet. Ob ihr heiraten wollt oder nicht. Ob ihr einen Mann oder eine Frau lieben wollt. Wir als Diakonie setzen uns für eine bessere Sozial- und Frauenpolitik in Brandenburg ein. Für bessere Kindertagesbetreuung, mehr Schwangeren-Konfliktberatungsstellen, Familienunterstützung und Frauenhäuser und vieles mehr. Wir wissen, dass es dazu keine rechtsextreme Politik braucht und kämpfen mit euch für ein vielfältiges Brandenburg. Liebe Frauen, jetzt heißt es zusammen streiten. Musik 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 Musik